Wo zum Gäuer bin ich hier? Scheiße, die Wälderung! Jetzt sind wir ja wunderschön. Ich habe keine Ahnung mehr von wo ich komme, eher sauber. Ich habe keinen Ahnung mehr von einem Lager aus. Ich habe keine Ahnung mehr von einem Lager aus. Ich habe keine Ahnung mehr von einem Lager aus. Näh, schluss Bäh, nützlich Alter, leckum hier, oi Wo zum Geier bin ich hier? Wo zum Teufel bin ich hier? Nicht zu viel Freunden sind meine Kümmel Guck mal, was ich so erwarte Das finde ich wohl gleich was auf vollkommen bin Ah ne, Maschile abtauchen Oh, was ich hier? Oh, was ich hier? Oh Scheiße, ist das dunkel hier Oh, den Bärenarsch Was zum Henker Was ist das? Was zum verseuchten Teufel Was ist das? Woa! Ok Was zum ver-fickten Henker ist das? What the... What the fucking hell? What the hell? What? Okay. Okay, was zum Treffen ist hier passiert? Was? Was? Nein! Ich hab grad irgendwie Gänsehaut! Woh! What the fuck? Ah! Hier ist sie! Ja, fickt die Henne! Okay. Apa das? Was? Das ist so, wenn du ein Wort benutzt. Ich habe die Hüterin. Ich habe das nicht, dass ihr geklezt. Hüterin. Ich hab ein... Ich habe auch mein Herz. Ich kann nur die Tage geben. Ich hab mich nicht geprägt. Alter, hier hinten ist die scheiß Climbing Axe. What the? Okay. So, hier ist die Lumpestone. Okay, aber das ist genug. So, da ist einer, wie ich hier rauskomme. Scheiße, hier ist noch einer. So, da ist einer, wie ich hier rauskomme. Okay. So toll, was hier passiert. Merci. WTF? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal gucken, wo ich rauskomme. Bin ich immer gespannt. Jetzt bin ich aber verspannt, wo ich rauskomme. Das B war echt verspannt. What? Was? 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 Em Pressen. Was? Super gut. Mord. Nee. Jetzt. So, wir müssen uns räuchern. So. Jetzt schnurren wir uns mal den Kompass. Schauen wir mal, wo wir uns aufhalten. So. Gehen wir mal nach Norden. Wenn wir in Nördlich sind, dann nach Norden, dann müsste da oben dieser Krater sein. Im Idealfall. Müsste hier oben dieser Krater sein. Okay, doch nicht. Welche Gänse sind wir denn jetzt? Doch, haben wir so Dich in den Dorf. Aha. Moment. Ähm. Gänsesee. Ist da der Krater? Ne. Ach. Hier bin ich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ich weiß, wo ich bin. Aha. Fuck. Verleben. Hm. Komm her, du wirst. Hm. Bist. Egal. Aber ich weiß schon mal, wo ich bin. So, ich losse nach Norden. Ich muss da oben kommen. Well, die dritte hier. Die dritte hier. Hier, die dritte hier. Die dritte hier. Die dritte hier. Die dritte hier. Ja, das geht noch. So, eine Seite. Kein Wasser. Ah, okay, Alter. Da müssen da hinten die Container sein, da so. Da sind wahrscheinlich die Container da hinten. Da kommt der Strand an der westlichen Seite. Okay, da ist dahinter der Krater. Nehmen wir einen Winnlatschen. Ich vermute mal, dass der hier ist. Ach, bitte, wer sagt's denn? Ein Kompass ist was Feines. Ein Kompass ist echt was Feines. Und hier gibt's auch irgendwo einen Höhleneingang. Aber ich will hier echt nicht bleiben. Hier ist es mir zu eklig. Aber schöne Höhlentour fand ich echt mal interessant. Muss ich echt sagen. War echt sehr interessant. Hier ist gleich wieder einer. Noch ein Bild ein. Okay. Brauchen wir hier noch ein. Was machen wir das? Stall. Brauchen wir wieder Stall. Ja, so. Wie viel liegt. Brauchen wir denn. So. Ist das rot oder ist das rosa? So ein kommentisches Orangerot. Dann steht dieses knackig dunkelrot. Genau wo es wo was ist. So. Steuern mit. So. Das war die Höhlentour. Das war die Höhlentour. Und jetzt mach ich hier einmal einen Cut. Und dann, äh, so. Ich weiß mal gucken, will ich sagen. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.